Am 12. Oktober 1978 versammeln sich Pressereporter vor dem Chelsea Hotel in New York City, in dem der notorische Bassist der Sexpistols Sid Vicious und seine ebenso notorische Freundin Nancy Spungen zu der Zeit ein Zimmer bewohnen. Bitte lasst ein Like da und denkt daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Der 21-jährige Sid hat in ihrem Badezimmer im Hotel die Leiche seiner 20-jährigen Freundin Nancy gefunden. Sie hat eine tiefe Stichverletzung im Unterleib. Nancy Spungen ist in Philadelphia geboren und aufgewachsen. Ihre Familie gehört der oberen Mittelklasse an, doch sie war bereits als Kind ziemlich problematisch und aggressiv ihrer jüngeren Schwester gegenüber, während sie sich um ihren jüngeren Bruder gut gekümmert hat. Einmal droht sie, ein Kindermädchen mit einer Schere umzubringen, ein anderes Mal greift sie einen Psychiater an. Im Alter von 15 wird sie mit Schizophrenie diagnostiziert. Sie wird als sehr intelligent getestet und beginnt, die Universität von Colorado zu besuchen, doch sie wird dort herausgeworfen, nachdem Diebesgut in ihrem Zimmer gefunden wird. Anschließend hält sie sich eine Weile im Rotlichtmilieu von New York auf, wo sie als Groupie viele damals bekannte Punkbands kennenlernt. Im Jahr 1977, im Alter von 18, fliegt sie mit der Band The Heartbreakers nach London, wo sie direkt am ersten Abend auf Sid Vicious und seine Bandkollegen trifft. Es dauert nicht lange, bis sie und Sid ein Paar werden und zusammenziehen. Der 21-jährige Sid mit bürgerlichem Namen Simon John Ritchie ist in Lewiston geboren. Seine Mutter nennt ihn immer bei seinem zweiten Vornamen John. Sein Vater ist einer der Wachmänner des Buckingham Palace, doch seine Mutter will ein neues Leben beginnen und geht mit John nach Ibiza, wo sie kurze Zeit später auch ihren Mann erwartet. Doch er kommt nicht. Um sich durchzuschlagen, beginnt seine Mutter, Drogen zu verkaufen. Schließlich kehren sie nach England zurück und als John acht Jahre alt ist, heiratet seine Mutter einen Mann, der nur sechs Monate nach der Hochzeit an ihren Versagen stirbt. In den Jahren danach wird der Drogenkonsum seiner Mutter immer gravierender. John zeigt einige Auffälligkeiten und wird in London, wo sie inzwischen leben, auf das Westminster Kingsway College für problematische Jugendliche geschickt. Darüber ist sich seine Mutter gar nicht im Bilde. Es gehen Gerüchte herum, dass John Katzen gequält und umgebracht hätte. Als er 16 ist, wird er von seiner Mutter rausgeworfen. Nach seinem Wechsel auf das Westminster Kingsway College hat er sich gut mit seinem Mitschüler John Lydon angefreundet. Er macht ihn mit zwei weiteren Freunden, John Gray und John Wardle bekannt und in ihrem Bekanntenkreis werden sie die vier Johns genannt. Sie beginnen gemeinsam Musik zu machen. Nachdem John Ritchie sich über den Namen von John Lydons Hamster, der Sid heißt, lustig macht und kurz darauf von ihm gebissen wird, bekommt er den Namen Sid Vicious verpasst, also Sid bösartig. John Lydon, der Liedsänger in der Gruppe, bekommt den Namen Johnny Rotten. Sie spielen unter anderem Cover von Alice Cooper und werden immer wieder von Passanten dafür bezahlt, um aufzuhören. Steve Jones, der Gitarre spielt, gründet schließlich mit Johnny Rotten sowie zwei weiteren Männern, Glenn Matlock und Paul Cooke, die Sexpistols. Sid Vicious gehört zunächst nicht dazu. Die Band beginnt sofort aufzufallen. Im Jahr 1976 attackieren die Mitglieder ihr Publikum bei einem Auftritt in Kensington. Auch Sid befindet sich unter den Zuschauern und ist auf Fotos zu sehen, wie er die Situation beobachtet. Er ist bei fast allen Auftritten der Pistols im Publikum anwesend. Zunächst gründet er seine eigene Band, The Flowers of Romans. Im Juni 1976 geht er zu einem Konzert der Pistols, wo er dem ehemaligen Bandmitglied Nick Kent eine rostige Motorradkette über den Kopf schlägt und ihn verletzt. Sid kommt ohne Anzeige davon. Kurz darauf, als er ein Konzert einer anderen Band besucht, wirft er ein Glas nach dem Sänger, doch das Glas zerschmettert an einem Pfosten. Eine Zuschauerin, die die Glassplitter abbekommt, erblindet auf einem Auge. Sid wird danach kurzzeitig festgenommen. Im Jahr darauf wird schließlich bekannt gegeben, dass er ab sofort Mitglied der Sexpistols ist, nachdem der Bassist Glenn Matlock von den anderen mit der Begründung, dass er die Beatles mögen würde, hinausgeworfen wurde. In Wirklichkeit wollen sie Sid vermutlich wegen seines Verhaltens in der Band haben, da er den Punk-Lebensstil realistisch verkörpert. Er wird von den anderen ermutigt, chaotisch und unter Alkoholeinfluss aufzutreten. Er ist zwar offiziell der Bassist der Band, doch er beherrscht das Instrument kaum. Die Band ist in unzählige Skandale und gewalttätige Auseinandersetzungen verwickelt. Sid beginnt zu dieser Zeit, Heroin zu nehmen. Ein Teil bekommt er es von seiner eigenen Mutter, die es ebenfalls konsumiert, und er verpasst ständig die Bandproben. Um die gleiche Zeit herum, es ist Sommer 1977, reist Nancy Spungen aus den USA an. Nachdem sie mit Sid zusammenzieht, halten sie sich nur noch gemeinsam auf, doch die anderen Bandmitglieder mögen Nancy nicht besonders, da sie sie laut und aufdringlich finden. Sids Beziehung zu ihr führt schnell zu Spannungen. Neben Johnny Rotten, der Sid als Bandkollege immer verteidigt, hatten die anderen zuvor ohnehin bereits Probleme mit ihm, da er nur für das Image der Band dabei ist und eigentlich kein musikalisches Talent hätte. McLaren, der Manager der Band, gibt später sogar zu, dass er darüber nachgedacht hätte, Nancy entführen und sie in ein Flugzeug zurück in die USA bringen zu lassen. Die Beziehung von Nancy und Sid wird als seltsam beschrieben. Während sie einerseits unzertrennlich sind, ist Nancy oft aggressiv Sid gegenüber, und zwar nicht nur verbal. Auch Sid soll Nancy hin und wieder geschlagen haben. Darüber hinaus sind beide von ihnen von Messern fasziniert. Nancy begleitet die Band auf Tour und einige Monate später veröffentlicht die Gruppe ihr erstes und einziges Album, das trotz Verkaufsverbot an vielen Orten sofort auf der Nummer 1 landet. Obwohl Sid bei Live-Auftritten der Bassist der Band ist, hat er für das Album keine Musik eingespielt. Bei ihren zahlreichen Live-Auftritten randaliert Sid regelmäßig auf der Bühne. Zwischen den Bandmitgliedern gibt es weitere Spannungen und häufige Auseinandersetzungen. Als sie auf Tour durch die USA gehen, redet Johnny Rotten kaum noch mit den anderen Bandmitgliedern. Sid ist wütend, dass die Band sich dagegen ausgesprochen hatte, Nancy mit auf die USA-Tour zu nehmen. Am Ende dieser Tour lösen sie sich nach weiteren Vorfällen auf. Als Grund geben sie unter anderem Sids ständigen Substanzgebrauch an. Kurz danach stirbt Sid fast an einer Drogenüberdosis und erhält eine ernsthafte Warnung von einem Arzt. Natürlich ändert er gar nichts an seinem Lebensstil und geht mit Nancy erst mal nach Paris, wo sie die Mockumentary The Great Rock'n'Roll Swindeldrehen, für die Sid drei Songs aufnimmt. Nach einem Aufenthalt in London fliegen beide im September 1978 nach New York, wo Nancy auch zuvor bereits gelebt hatte. Sie beziehen ein Zimmer im Chelsea Hotel, wo sie ein Feuer verursachen. Sie erhalten ein anderes Zimmer, und zwar das Zimmer Nummer 100. Nancy gibt sich ab dieser Zeit als Sids Managerin aus. Sie schafft es, ihm einige neue Bandmitglieder zu besorgen und Sid absolviert zahlreiche Auftritte im Max-Kansas-Club, die alle gut besucht sind. Sid ist nun selbst der Sänger. Auch Nancy singt manchmal gemeinsam mit ihm. Wie früher eskaliert es regelmäßig und sein Publikum buht ihn aus, oder er beschimpft die Zuschauer, doch er verdient sehr gut an den Auftritten. Nancy muss sich allerdings trotzdem regelmäßig Geld bei ihrer Mutter leihen, da Sid alles für Drogen ausgibt. Nur wenige Wochen nach ihrer Ankunft in New York, am 11. Oktober 1978, veranstalten die beiden eine Party in ihrem Zimmer im Chelsea Hotel. Gegen Viertel vor zehn am Abend besuchen sie Nian Lian, einen Punkrocker, der im Zimmer nebenan lebt. Er hat bereits eine Freundin zu Besuch. Während Nancy sich mit den beiden unterhält, sitzt Sid auf dem Bett und streicht sich mit einem seiner neuen Messer durchs Gesicht. Nach dem Besuch dort gehen Sid und Nancy zurück auf ihr Zimmer, während Nian Lian und seine Freundin ihren Aussagen zufolge noch einen Club besuchen. Sid allerdings behauptet, selbst um Mitternacht ebenfalls nochmal das Hotel verlassen zu haben. In den folgenden Stunden finden sich verschiedene Personen in Sid und Nancys Zimmer ein, um dort zu feiern. Rockets Redclare mit bürgerlichem Namen Michael Morris, ein Stand-up-Comedian, der sich selbst als Sids Bodyguard bezeichnet, bekommt um halb drei in der Nacht einen Anruf von Nancy. Sie bittet ihn, mit einer bestimmten Substanz vorbeizukommen. Rockets macht sich auf den Weg zum Chelsea Hotel. Eine halbe Stunde später, also etwa um drei in der Nacht, werden Sid und Nancy von Nian Lian und seinem Manager Skip Wayne in der Lobby des Hotels gesehen. Lisa Garcia, eine Frau, die ein Hotelzimmer in der Nähe von Sid und Nancy hatte, berichtet, dass um fünf Minuten nach drei ein Mann an ihre Zimmertür geschlagen hätte und lass mich rein, lass mich rein gerufen hätte. Sie macht nicht auf und der Mann geht wieder. Um Viertel nach drei kommt Rockets Redclare im Hotel an. Er konnte das, was Nancy haben wollte, nicht auftreiben, doch er bringt opiathaltige Tabletten mit, die Sid sofort nimmt, und zwar alle davon, und mit denen er sich für den größten Teil der Nacht ausknockt. Rockets unterhält sich eine Weile mit Nancy und er beschreibt später, dass das Telefon während dieser Zeit mehrfach geklingelt hätte. Sie geht nur einmal ran und führt ein kurzes Gespräch. Kurz darauf, etwa um vier in der Nacht, erscheint Nian Lian. Er beschreibt, dass Sid zu dieser Zeit bereits tief und fest geschlafen hätte und im Prinzip nicht mehr ansprechbar gewesen sei. Rockets Redclare beschreibt Nancy als ziemlich aufgewühlt, da er ihr nicht die gewünschte Substanz mitbringen konnte. Er sei gegen fünf am Morgen gegangen, nachdem er versucht hatte, sie zu beruhigen. Gegen halb acht am Morgen hört Vera Mendelssohn im benachbarten Zimmer eine Frau stöhnen. Sie beschreibt, dass es sich so anhörte, als ob die Frau alleine sei. Danach rührt sich erst mal nichts mehr im Zimmerhundert. Gegen elf Uhr am Vormittag ruft Sid die Rezeption an und sagt, dass er Hilfe benötigen würde. Die Angestellten, die daraufhin in sein Zimmer gehen, finden Nancy im Badezimmer, nur mit Unterwäsche bekleidet und mit einer tiefen Stichverletzung im Unterleib. Sie ist bereits tot. Sid ruft selbst die Polizei und berichtet, dass er seine Freundin tot aufgefunden hätte. Er wird direkt im Hotel und später nochmal auf der Polizeistation vernommen. Zunächst sagt er, dass er Nancy tot aufgefunden hätte, als er aufgewacht sei. Er hätte keine Ahnung, was geschehen sei. Dann mutmaßt er, dass Nancy sich vielleicht versehentlich auf das Messer gelegt hätte, als sie sich im Bett umgedreht hatte. Ein Polizist beschreibt, dass Sid ihm noch an diesem Tag erzählt hätte, Nancy erstochen zu haben. Er hätte allerdings gesagt, dass er keine Tötungsabsicht hatte. Kurz darauf behauptet Sid jedoch wieder, sich an nichts erinnern zu können. Vera Mendelssohn, die ja am Morgen das Stöhnen der Frau gehört hatte, verlässt ihr Hotelzimmer kurz nachdem sie durch den Lärm durch die polizeilichen Ermittlungen aufgeweckt wird. Sie geht am Zimmer von Sid vorbei und sieht ihn dort weinend sitzen. Er soll zu ihr gesagt haben, dass er seine Freundin umgebracht hätte. Dann sagt er auch zu Vera, Nancy hätte sich vermutlich auf das Messer gelegt. Die Teilnehmer der Party erinnern sich, wie fest Sid von den Tabletten geschlafen hatte. Um 5 Uhr ist Nancy zuletzt noch von Rockets Redclare lebend gesehen worden, der das Zimmer um diese Zeit verlassen hatte. Als Tatwaffe wird ein Jagdmesser mit einer Klingenlänge von 13 cm identifiziert, das Nancy einige Tage zuvor für Sid gekauft hatte. Bei der Autopsie kann der exakte Todeszeitpunkt nicht festgestellt werden. Der Gerichtsmediziner schätzt jedoch, dass Nancy zwischen 6 und 7 am Morgen angegriffen wurde und zwischen 8 und 10 am Vormittag verstorben ist. Weiterhin wird vermerkt, dass sie zwei Blutergüsse im Gesicht hatte. Einen kleinen neben dem Kinn und einen etwas größeren neben dem Auge. Skip Wayne, der Manager von Nian Lian, beschreibt, dass sie den größeren in der Nacht vor ihrem Tod davon getragen hätte. Sie sei in dieser Nacht in sein Apartment gekommen und hätte ihm die zu der Zeit frische Verletzung gezeigt und ihm berichtet, dass Sid sie verursacht hätte, als er ihr eine Gitarre über den Kopf geschlagen hatte. Ein Student, der das Zimmer 105 des Hotels bewohnte, sagt, dass er Sid um 10 Uhr am Vormittag im Flur herumlaufen gesehen hätte. Dies war, bevor er die Rezeption darüber benachrichtigte, dass er Hilfe benötigt. Falls die Einschätzung des Gerichtsmediziners stimmt, dass Nancy ihre Verletzungen noch mehrere Stunden lang überlebt hat, könnte sie vielleicht tatsächlich noch gelebt haben, als Sid das Zimmer verlassen hatte und in der Zwischenzeit verstorben sein. Its Manager McLaren besorgt ihm einen Top-Anwalt, der auch einen Privatdetektiv einsetzt, um die anderen Partygäste unter die Lupe zu nehmen. McLaren vertritt die Theorien, dass Nancy einen der Partygäste dabei erwischt hätte, wie er versucht hätte, ihr Geld zu stehlen. Eine beträchtliche Menge Bargeld, um die 24.000 Dollar, soll auch aus dem Zimmer verschwunden sein. Als Nancy den Dieb konfrontierte, hätte er auf sie eingestochen. Sid hatte nur kurze Zeit zuvor eine Menge Geld für das Remake des Frank Sinatra-Songs My Way erhalten und das Paar hatte danach immer viel Bargeld herumliegen, wovon auch viele ihrer Freunde wussten. Nancy hatte sogar, wenn sie unterwegs war, öfter größere Mengen Bargeld dabei, was Sid bereits versuchte, ihr abzugewöhnen. Der Punk-Rocker Nian Lian, der ja um vier in der Nacht auch in ihrem Zimmer war, hat einige Dinge von Sid, darunter seine Lederjacke, auf seinem Zimmer. Doch er behauptet, dass Sid ihm die Jacke geliehen hätte. Dann war ja noch Rockets Redclare anwesend, den Nancy selbst auf ihr Zimmer bestellt hatte. Beide von ihnen werden später von Phil Strongman in einem seiner Bücher als der jeweils wahre Täter verdächtigt. Tatsächlich hatte Rockets Redclare, der im Jahr 2001 verstorben ist, mal ein Statement abgegeben, in dem er sagte, es könnte sein, dass er Nancy erstochen hat. Doch der Polizei gegenüber bestreitet er jede Tatbeteiligung. Allerdings soll er in den Jahren danach Freunden gegenüber immer wieder mit der Tat angegeben haben. Darüber hinaus gibt es die Aussage eines nicht namentlich genannten Gastes des Hotels, der behauptet, dass Sid Vicious um halb sechs am Morgen in sein Zimmer gekommen sei. Seine Kleidung sei voller Blut gewesen. Vera Mendelssohn hatte das Stöhnen der Frau ja erst um halb acht wahrgenommen und laut den Angaben der anderen ist Sid um vier in der Nacht eingeschlafen. Hätte er also um fünf Uhr dreißig bereits wieder wach sein und die Tat begehen können? Viele halten es sogar für ausgeschlossen, dass er in seinem Zustand um halb acht am Morgen dazu in der Lage gewesen sein soll, ein Messer zu halten. Im sechsten Stock des Hotels wohnte zur Zeit des Vorfalles ein mysteriöser Mann namens Michael. Sein Nachname ist nicht bekannt. Auch er hatte Sid und Nancys Party besucht und sein Mitbewohner behauptet, dass Michael am Vormittag des zwölften auf ihr Zimmer gekommen sei und eine ganze Menge Bargeld in der Hand hatte, das mit Nancy Spungens Habern zusammengebunden war. Michael hätte ihm berichtet, dass die Polizei im Hotel sei und dass Nancy tot aufgefunden wurde. Er sagt seinem Mitbewohner, dass Sid Vicious sie umgebracht hätte. Michael wird nie von der Polizei befragt und checkt wenige Tage nach dem Mord an Nancy aus dem Hotel aus. Die Theorie, dass jemand ihr Bargeld stehlen wollte und Nancy dabei getötet hat, wird von vielen für plausibel gehalten. Doch es gibt ebenso Vermutungen, dass die Polizei das Geld an sich genommen und nie wieder ein Wort darüber verloren hat. Gegen andere, möglicherweise verdächtige Personen wird nie wirklich ermittelt, dass Sid für die Polizei von Beginn an als Täter feststeht. Wenn er die Tat begangen hat, müsste er also in den frühen Morgenstunden aufgewacht sein, einmal auf Nancy eingestochen haben und sich dann einfach wieder hingelegt und weiter geschlafen haben, während Nancy verblutet ist. Ist dies unter der Berücksichtigung, dass er Tabletten konsumiert hatte, wirklich plausibel? Was hätte so plötzlich sein Motiv sein sollen? Bei seiner Vorverhandlung belagern Dutzend Reporter und Fernsehteams das Gerichtsgebäude. Sid wirkt angespannt und depressiv wie bereits in der ganzen letzten Zeit. Der Staatsanwalt bezeichnet ihn als Abhängigen ohne Wert für die Gesellschaft und zählt einige der Vorfälle auf, die Sid in Großbritannien verursacht hat. Sid plädiert auf nicht schuldig. Dies bedeutet, dass er sich in einem Prozess vor einem Jurygericht verantworten muss. Sein Anwalt verhandelt für ihn, dass er bis zum Prozessbeginn unter Zahlung einer Kaution freikommt. Er hat lediglich die Auflagen, sich täglich bei der Polizei zu melden und sein Methadonprogramm vorzuführen, an dem er bereits seit einer Weile teilnimmt. Darüber hinaus darf er New York nicht verlassen. Sein Prozess wird für den Beginn des nächsten Jahres geplant. Sid zieht wieder ins Chelsea-Hotel und auch sein Manager McLaren, der fest an seine Unschuld glaubt und seine Mutter finden sich dort ein. In den folgenden Wochen ist Sid auch eine Zeit lang in einer Klinik und wird anschließend von Freunden und Bekannten überwacht, da er kurz nach dem Gerichtstermin Verletzungen durch eine zerbrochene Glühbirne davon getragen hatte und aus einem Gebäude springen wollte. Auch Johnny Rotten versucht wieder, mit Sid Kontakt aufzunehmen, doch sein Manager McLaren fängt seine Anrufe ab. Als Sid sich im November 1978 mit einem Journalisten trifft, erzählt er ihm, dass Nancys Tod vorherbestimmt war und dass sie selbst gesagt hätte, dass sie sterben würde, bevor sie 21 ist. Kurze Zeit später beginnt Sid wieder, sich mit anderen Frauen einzulassen, darunter die Ex-Freundin von Johnny Rotten, Danielle Booth. Am 5. Dezember 1978 besuchen die beiden gemeinsam einen Nachtclub, wo Sid eine Frau namens Tara anflirtet. Sie weist ihn ab, woraufhin er sie kneift. Terrors Freund Todd mischt sich ein und als er Sid sagt, dass er gehen soll, schlägt er ihm mit einer zerbrochenen Bierflasche ins Gesicht. Da er durch den Vorfall die Auflagen seiner Kaution gebrochen hat, kommt er ins Gefängnis Rikers Island, ein Kurzzeitgefängnis, wo er bis zur erneuten Verhandlung über seine Freilassung auf Kaution bleiben soll. Dort wird er zu einem kompletten Drogenentzug gezwungen. Knapp sechs Wochen später, am 18. Januar, werden seine Kautionsauflagen erneut verhandelt und er darf das Gefängnis am 1. Februar bis zum Prozessbeginn wegen des Mordes an Nancy erneut verlassen. Er fährt sofort nach Manhattan, wo er auf seinen Freund Peter Corvell trifft. Nachdem er gerade den Entzug hinter sich hat, bittet er Peter, ihm Drogen zu besorgen. Sie konsumieren sie gemeinsam mit weiteren Freunden im Haus von Sits Mutter. Am nächsten Vormittag entdeckt Sits Mutter seine Leiche. Er ist an einer Überdosis gestorben. Sid Vicious ist zu dieser Zeit so bekannt gewesen, dass sein Tod weltweit in den Schlagzeilen ist. Währenddessen weigern die Beerdigungsinstitute in New York sich aufgrund seines Rufes, ihn zu bestatten. Seine Mutter lässt ihn schließlich einäschern und verstreut seine Asche ihren Angaben nach und gegen den Willen von Nancys Mutter auf Nancy Spungens Grab. Sie hat in Sits Jackentasche einen Brief gefunden, in dem er schreibt, dass er und Nancy einen Pakt hatten. So sei sein Tod gar kein Unfall gewesen. Die Polizei schließt den Fall von Nancy Spungens mit dem Ergebnis, dass Sid Vicious der Täter gewesen sein muss. Jahre später behauptet der Polizist, dem gegenüber Sid gesagt haben soll, dass er Nancy erstochen hätte, während eines Interviews mit einem Reporter, dass er nie behauptet hätte, dass Sid dies gesagt hätte. Fast alle, die Sid damals persönlich kannten, gehen davon aus, dass er nicht der Täter war. Was denkt ihr? Hat er sie umgebracht? Oder ist es doch einer der Bekannten oder auch einer der nie identifizierten Partygäste gewesen? Lasst mir gerne, was ihr dazu denkt, unten in den Kommentaren. Denkt auch daran, dem Video einen Daumen hoch zu geben, falls es euch gefallen hat, denn dadurch kann es von mehr Leuten gesehen werden. Aktiviert auch die Glocke, damit euch meine neuen Videos vorgeschlagen werden. Falls ihr Lust auf noch mehr Kriminalfälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal.